Zistagabend um 7 Uhr. Das Highlight meiner Woche fängt an. Alpha-Kurs. Es gibt kaum etwas, das mich so begeistert, wie mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammen zu sein. Mit ihnen zu entdecken, wer Gott ist, was er in unserem Leben bewirkt und was er machen will. Mit ihnen Bibel zu lesen, ihre Fragen zu hören. Das bringt mich selber weiter, fordert mich heraus, mich selber zu definieren, was ich glaube und mit ihnen neu zu entdecken, wer der Jesus ist. Etwas vom Begeistern ist, wenn ein Muslim erzählt, wer Jesus für sie ist, was er ihnen bedeutet. So etwas ist einfach bewegend. Ich habe mir gedacht, wenn eine Kleingruppe das Gefühl hat, wir sind ein wenig festgefahren, es ist immer der gleiche Trump, das Allerbeste, was ihr machen könnt, schnappt den Nachbarn, packt einen Arbeitskollegen und nehmt ihn mit in eure Kleingruppe. Hört, wer für sie Jesus ist. Verzählt ihnen, wer er für uns ist. Und das wird die Gruppe und euch selber im Glauben unglaublich voranbringen, wird die Dynamik in die Gruppe hineinbringen. Das ist etwas vom Schönsten. Wir begeistern auch, miteinander daran zu arbeiten und zu zeigen, was wir lieben. Denn es ist ja so, Gott lieben wir von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft und mit all unserem Verstand.